Hey Leute, heute ist Mittwoch, heute ist mein freier Tag, also heute kommt kein Video. Ich hab drei kleine Infos. Am Dienstag das Community-Zocken war geil, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das Video dazu, der erste Teil davon, ich glaub, es werden mehrere Teile, kommt dann, wie gesagt, am kommenden Samstag. Jeden Samstag kommen dann immer diese Folgen um 18 Uhr. Das hat echt Spaß gemacht. Nach der Aufnahme hab ich dann auch nochmal an jeden TeamSpeak die TeamSpeak-Daten geschickt, weil dann haben wir nochmal eine halbe Stunde einfach so, oder eine Stunde so gezockt, einfach also mit Schwätzen und sowas. Das können wir, wenn bei euch von der Zeit her passt, bei mir das von der Zeit her passt, können wir das gerne jedes Mal so machen, dass wir nach der Aufnahme einfach dann alle in die Teams beginnen und eine Stunde noch zocken oder so. Zu dem Spiel, das ich jetzt mache, Fallout New Vegas hat gewonnen mit 6 zu 5, glaub ich, gegen Skyrim. Und ja, ich werde, ich muss das jetzt, ich muss das ja langsam beenden, weil am Donnerstag soll das schon, oh Gott, morgen ist Donnerstag. Okay, mal gucken, ob ich es schaffe. Aber morgen soll eigentlich schon die erste Folge kommen. Der nächste und letzte Punkt, whoop, ich hab mir überlegt, ich werde euch möglicherweise Kinder nennen. Kinder, euch alle, alle Zuschauer. So, anstatt Bros and Sis, Bros, Killer Army oder was weiß ich. Äh, einfach Kinder. Kinder ist cool. Ja, Kinder. So, Kinder, guten Tag. Ja, ich hab jetzt auch endlich mal versucht. Jetzt ist es doch echt in Ordnung. Man sieht mich schön, das ist ich, oder? Man sieht sogar mein, ich hab sogar ein Ohr auf der Seite. Sonst sind wir nur hier. Also, ähm, das war's, ne? Also, wie gesagt, heute kommt kein Video. Ciao! Ciao!